Wirkung der Sprache Die Kraft der Liebe Der japanische Professor Masaru Emoto und inzwischen auch andere hat nachgewiesen, die Veränderung der Wasserstruktur nach der emotionalen Ansprache des Wassers. Danach wurde das Wasser eingefroren und anschließend mit hochauflösenden Kamerabildern sichtbar gemacht. In seinen Büchern hat er dies begeisternd dargestellt. Er hat die direkte Konsequenz unserer Gedanken und Sprache auf die Wasserkristalle herausgefunden. Auch die Qualität der Kristalle im Wasser verändern sich durch unsere Emotionen. Angenommen, sie gehen zum Wasser und sagen, ich liebe dich, oder zeigen Dankbarkeit und erwarten Glücklichsein des Wassers, dann kann man sehen, dass sich die Wasserkristalle in wunderschöne, diamantenförmige Strukturen verwandeln. Also, wenn wir über Liebe sprechen, ist es wie, wenn die Wasserkristalle sich öffnen und ihre Hand ausstrecken, um Freude zu zeigen. Entgegengesetzt verhalten sich die Kristalle, wenn wir das Wasser beschimpfen und sagen, du bist nicht gut, ich liebe dich nicht, ich hasse dich und so weiter. Sie sind ganz zerknittert. Ist dies nicht atemberaubend? Die Botschaft, die uns der Professor zeigt, zeige Respekt vor dem Wasser und fülle es mit positiven Vibrationen. Wenn wir Wasser verändern, werden wir auch verändert und die ganze Welt wird verändert. Warum? Auch wir bestehen aus über 70 Prozent Wasser. Klasse! Große Klasse dieser Erkenntnisse. Zum Beispiel Beten vor dem Essen. Hier werden auch die Kristalle des Essens verändert, ebenso die Kristalle der Betenden und der Zuhörer. Dies kann man auf vieles, vieles übertragen. Dies ist wahr für das Wasser und gilt für alle Elemente. Raum, Luft, Feuer, Wasser und die Erde. Aufgabe. Wenn du weißt, wie du die Elemente und die Natur lieben sollst, ist sicher das goldene Zeitalter der Liebe nicht mehr weit. ist sicher das goldene Zeitalter der Zuhörer. Untertitelung des ZDF, 2020